Was ist der Bahnhof Hamburg-Wandsbek? Weil dann demnächst hier die S-Bahn-Linie S4 entstehen soll. Wenn ich sage, es wird alles abgebrochen, dann bedeutet das natürlich nicht, dass hier keine Züge mehr fahren werden. Es werden allerdings keine Regionalbahnen mehr an dieser Stelle halten. Bis zum 11. Dezember hält hier noch die RB 81, wie ihr sie gerade seht. Danach werden die Züge ohne Halt durchfahren. Der gesamte Bahnsteig mit Dach und Zugangsanlagen wird verschwinden. Dadurch entsteht Platz, der benötigt wird, um die neuen, zusätzlichen S-Bahn-Gleise verlegen zu können. Hier am Bahndamm wurden Bäume und Sträucher gerodet. Dadurch kann man die Züge zurzeit entlang des gesamten Streckenabschnitts beobachten. Auch große Bäume wurden gefällt, wie hier an diesem Stumpf zu sehen ist. Die Straßenschilder wurden abmontiert. Die Straße Bahngärten ist zurzeit nur in einer Richtung befahrbar. Hier seht ihr noch einmal einen Überblick. Hinter der Brücke über die Boves-Straße ist der ehemalige Güterschuppen des Wahns. Er wird heute von verschiedenen Gewerbebetrieben genutzt. Noch liegen Reste der ehemaligen Gütergleise. Im Bereich der Brücke wird später die S-Bahn-Station Boves-Straße entstehen. Dafür muss eine breitere Brücke gebaut werden. Der Bahnhof Hamburg-Wandsbek war gut ausgebaut. Von allen Seiten gab es Zugänge mit Rampen. Außer über die Treppe war der Bahnsteig auch mit einem Aufzug zu erreichen. Schauen wir der Regionalbahn bei der Abfahrt zu. Schauen wir der Böckchen. Der Bahnhof Hamburg-Kajo-Straße in der Bühne. Wegen der Bühne. Schauen wir das Feuerwerbe mit Rampen. Schauen wir das Feuerwerbe mit Rampen. Schauen wir uns auf die Bühne. Schauen wir uns auf den Wind beateten. An mehreren Stellen hängt der Hinweis der DB, dass hier bald keine Züge mehr halten werden. Fahrgäste müssen während der Bauarbeiten die Busse benutzen. Das Bahnhofsgebäude mit dem Wirtshaus wird erhalten bleiben. Daneben und unter der Straßenbrücke wird die S-Bahn-Station Claudiusstraße entstehen. Sehen wir uns auf dem Bahnsteig um. Hinter den Fahrkartenautomaten führt die Treppe hinunter zum Zugangstunnel. Mit dem Aufzug kommt man ebenfalls zum Bahnsteig. Achtung, Tür schließt. Bahnsteig obere Ebene. Achtung, Tür schließt. Achtung, Tür schließt. Hier gehen wir von der Treppe zum Aufzug und sehen zum Bahnsteigende in Richtung Lübeck. An der Treppe. 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 Ankunft und Abfahrt einer Regionalbahn in Richtung Hamburg Hauptbahnhof. An der Treppe. An der Treppe. An der Treppe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Regionalexpress nach Lübeck fährt durch. Und damit sag ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020